und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmbausteinbaus heute ein video ohne set aber ein video was ich gerade einfach fühle und deshalb auch als normales video hochladen werde es wird ein eher kürzeres video sein aber ich möchte wir sicherlich schon im titel seht einfach danke sagen ich nehme dieses video am 01.01.2024 auf also wir haben gerade ein neujahr und ich habe einfach nochmal darüber nachgedacht was 2023 so auf youtube passiert ist ich möchte jetzt nicht ganz genau auf alle zahlen eingehen aber ihr habt es selber gemerkt wir haben das jahr gestartet mit unter 500 abonnenten weit unter 500 abonnenten und der kanal hatte natürlich schon einige zuschauer vor allem sehr treue zuschauer denen ich super super dankbar sind dass sie immer da waren dass wir wirklich tolle gespräche geführt haben auch hin und wieder diskussionen geführt haben die aber am ende genauso wichtig sind denn man hat ja hier nicht auch mit einem review channel die absolute wahrheit gepachtet sondern in solchen gesprächen kommt auch manchmal raus dass man vielleicht sachen falsch sieht wie zum beispiel mit den stickern die ich ja bei einigen sets jetzt in ordnung finde denn diese weiterbildung in anführungsstrichen ist nur entstanden weil ich teil dieser wundervollen community hier sein konnte im august hatten wir dann das 500 abonnenten special was wenn man jetzt auf die zahl schaut momentan haben wir 900 abonnenten zusammen schon einfach krass ist ich meine dieser kanal hat zweieinhalb jahre gebraucht bis zu den 500 abonnenten und jetzt auf einmal dieser vorstoß bis auf 900 abonnenten so dass wir fast in 2023 sogar diese magische marke von 1000 abonnenten geknackt hätten aber das wichtigste ist jetzt nicht die zahl der abonnenten sondern die leute die hier in dieser community sind und wie gesagt ich habe es vorhin schon erwähnt mit denen man wundervolle gespräche und diskussionen führen kann mit denen man auch mal auf instagram oder anderen seiten wir zum beispiel auf dem discord schreibt und die einem einfach auch den tag versüßen können und in dem moment wenn ich sowas hier aufnehme seid ihr für mich im endeffekt die linse einer kamera oder ein mikrofon aber man muss sich manchmal bewusst werden dass diese videos hunderte menschen schauen ich meine das ist vielleicht im großen youtube kosmos keine super beeindruckende zahl aber darauf will ich gar nicht hinaus denn es ist in echten menschen wenn man die sich einfach mal vorstellt die irgendwo sitzen sich vielleicht eine tasse tee kochen und sich so ein video anschauen und dann auch noch in den kommentaren mit diskutieren ist das einfach eine riesenzahl und dafür möchte ich mich bedanken denn das ist vor allem durch euch entstanden ich kann so viele videos machen wie ich möchte wenn sie niemand anschaut und wenn sich keine community darum bildet dann wäre nie so etwas entstanden und deshalb wie gesagt ihr seid ein riesen teil dieses kanals ihr seid der wichtigste teil dieses kanals und deshalb wollte ich noch einmal danke sagen und auch auf diesem weg noch einmal ich hoffe ihr habt ein tolles jahr 2024 ein besseres jahr für viele die unter 2023 gelitten haben ich habe da einige geschichten erlebt also noch mal zum abschluss denn darum soll dieses video gehen vielen vielen dank und ich wünsche euch einen wunderschönen tag ein wunderschönes jahr wie gesagt und wir sehen uns dann in der nächsten richtigen review wieder haut rein och euer valley prick wir sehen uns dann für euch wir sehen uns dann bis jetzt sen